willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute spielen wir mal outriders ein ganz neues spiel hier auf dem kanal wir schauen uns heute mal in diesem guide die gigantische lava spinne an wie können wir sie am besten töten welche attacken hat sie und so weiter das ganze kommt hier im video bevor wir mit dem guide richtig loslegen lasst dem doch schon mal einen daumen hoch da dann weiß ich dass es euch gefallen hat wenn es euch nicht gefallen hat schreibt mir gerne kommentare was euch nicht gepasst hat damit ich was in zukunft besser machen kann und vergesst natürlich nicht meinen kanal zu abonnieren damit ihr in zukunft auch kein video mehr verpasst so lasst uns jetzt mal aber loslegen mit dem guide wir schauen uns als erstes mal an was ich denn so an auslustung mit habe ich spiele übrigens einen assassinen und ja auslustungsmäßig habe ich jetzt die automatische rotflinte mit eingepackt ich habe ein repetiergewehr mit am start so ein bisschen als sniper option und was ich halt fast schon am meisten eingesetzt habe oder einsetzen werde bei dem boss ist halt meine handfeuerwaffe der rest ist hier ganz normale standardausrüstung nicht so gefunden habe ich habe jetzt nichts was irgendwie großartig interessant für den boss sein sollte ansonsten haben wir bei den fähigkeiten nämlich mit die chronos klinge die nutze ich aber so gut wie gar nicht hier die verlangungsfalle werden wir einsetzen und die tücke kugeln werden wir auf jeden fall einsetzen dass so viel am start sonst von den punkten die ausgegeben habe ihr seht ich bin hier so in dem vorbote segment unterwegs habe mich hier so ein bisschen auf lebenspunkte und schadensreduktion festgelegt damit wir da wirklich damit relativ gut auch durch den gegner kommen ich sage euch ganz ehrlich die punkte bringen euch jetzt nur nominal war es also ganz ganz wenig effektiv heißt es bei diesem boss ausweichen das ist somit die hauptaufgabe wir gehen jetzt mal rein dann schauen wir uns die attacken von dem boss mal an es gibt drei phasen das sage ich euch vorab schon mal alles weitere dann im boss fight selber lasst uns mal reingehen so da ist auch schon die große spinne mit ihrer ersten attacken schon das ist so ein sprung wenn die diesen riesenkreis auf der moden macht haut da einfach raus da und dann seid ihr relativ safe ansonsten greift sie wirklich nur an wenn sie so eine strahlmarkierung hat nur schnell raus hier dann auch aber ausweichen also alles was am boden ist einfach ausweichen dann seid ihr relativ safe ansonsten lasst sie nicht nach und euch ran rennt nicht in diese feuer attacken rein dann seid ihr da eigentlich auch relativ safe da hat sie so ein ansturmattacke da geht sie danach immer mit an die wand also wer hier ein bisschen mutig ist kann hier gerne mal das sniper ausrüsten und dann mal ein bisschen draufhauen wichtig ist aber das ist so eine flächen attacke von ihr da wirklich dann auch den ganzen auf dem boden ausweichen und das wichtigste wirklich hier ausweichen 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 mehr kann man hier eigentlich was ich zu sagen er hat darum so ein bisschen schwachstelle wenn diese panzer einmal weggeschossen hat der sport leider relativ schnell wieder aber solange das offen ist da oben dieses gelbe drauf schießen da kriegt ihr leben zurück und b könnt ihr da am meisten schaden jetzt machen also so als kleiner hier effekt nutzt das ding aus jetzt ganze wieder in die wand wir können jetzt hier einfach mal unseren zeitverzögerung effekt wirken dass wir da ein bisschen selbst sind da kommen wir raus das ist eigentlich so eine relativ coole attacke für oder gegen maßnahme dafür und dann können wir da wieder weiter angreifen ansonsten ich würde ich empfehlen entweder das schrotgewehr zu nehmen also die flinte die wir haben jetzt müssen wir aufpassen dass wir uns hier nicht treffen lassen natürlich immer nach möglichkeit rennen nicht nur laufen haltet die wenn ihr kein schrotgewehr habt nehmt die normale pistole ihr könnt kaum was besseres kriegen als die pistole hier weil die könnte aus der hüfte durch gut schießen die macht halbwegs schaden ihr habt keinen munitionsverlust und wenn ihr mal wirklich in diesen bösen bereich reinkommt dass sie kaum noch leben habt ja dann rennt zu erweicht einem aus was ihr könnt bis eure regeneration sich so ein bisschen zurückgefahren hat dass euer da wieder ein bisschen leben habt so jetzt müsst ihr hier ein bisschen aufs timing achten jetzt sollten wir mal rennen weil dieser wirkungs bereich wird das gleich zusammenbrechen wenn sie uns dann erwischt sind bin ich ganz schön böse dran schnell raus hier und vor allem achtet darauf dass ihr wirklich die spinne in der ferne haltet wenn sie zu neuen durch rankommt dann seid ihr relativ schnell auch platt hier muss man ganz schnell durch da muss man den sprung ausdauer weichen da müssen wir leider auch ein bisschen aufs leben verzichten dem moment risiko also das wichtigste ihr seht es jetzt hat uns glaube ich passt einfach wirklich ausweichen ausweichen aus welchen ausweichen ihr könnt nichts anderes tun so jetzt haben wir hier wieder unsere und dann effekt wir haben hier und ich glaube ich mal alles rein was wir gerade haben also das können wir so zwischendurch mal mitnehmen ihr seht allerdings habe ich nicht mehr viel munition für die sniper waffe das ändert sich glücklicherweise im zweiten part gleich also wenn wir den ersten hier überlebt haben dass jetzt der fall ist ob die zweite runde die wird noch ein bisschen böser aber der große vorteil ist hier kommen und mobs die können wir töten ich würde euch hier die pistole wirklich empfehlen für wenn wir die mobs nämlich töten droppen die munition so ein bisschen darauf achten also hier können wir auch gerne mal diese diese option nutzen die wir hatten mit dem das gilt eigentlich brauchen aber ihr seht hier liegt munition überall rum nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen auf die dicke dicke spinne die da hinten steht die uns jetzt wieder im nahkampf hier angreifen will also auch hier gilt rennen 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 und da steht noch einige an kleinen mobs ok also wenn ihr sie töten droppen die munition wenn sie euch anspringen droppen die leider keine also die explodieren zu machen bis schaden aber ja wir brauchen die munition raus hier das schöne ist nach jeder ich sag mal instanz die wir darum machen müssen von diesen drei abschnitten kriegen wir volles leben und volle tanzung wieder das sollten wir natürlich so weit wie wirklich aufrechterhalten uhr aus der panzer weg zu früh gefreut auf jeden fall können wir hier wieder mit den ganz normalen waffen wieder arbeiten wir haben noch munition wieder die ist wieder an die wand gesprungen darum ist sie genau und die geht jetzt ein bisschen höher wir haben ein bisschen mehr zeit da oben hin zu kommen und nach möglichkeit natürlich immer da auch dieses so jetzt werden wir mal wieder hier auf diese schwachstelle schießen so jetzt haben wir die mobs wieder an der wacke die tut man natürlich wieder mit der kleinen nahkampfattacke die wir haben ansonsten gucken wir dass wir hier wirklich relativ gut durchkommen ihr seht bei dem bei der zweiten runde hat die als attacken wirklich einmal diesen lava schweil soll ich mal den sie schießt die sprungattacke ist immer noch am start ansonsten lässt sie hier viele gegner für uns übrig mit der wir aber munition bekommen können und so sie springt wieder an die wand wir wechseln auf die sniper und schießen wir natürlich so viel wie möglich da oben dann hin das können wir recht gut ausnutzen da war ich sogar zu langsam aber ihr seht wir sind recht gut durchgekommen ansonsten natürlich immer schön weiter darauf schießen also ich würde euch den revolver fast immer blind empfehlen da seid ihr immer munitionsunabhängig da kommt wieder der feuerschwall auch hier geht natürlich ganz oben was wir in der ersten phase schon hatten wenn ihr oben diese abdeckung sage ich mal weg schießt von ihr diese kleine panzerung dann könnt ihr da leben generieren und natürlich haltet sie auf abstand also nicht zu nah rankommen lassen das ist immer als wenn ich es gesagt hätte da oben ihr habt ihr könnt da oben richtig jetzt abkassieren schnell raus leider sind die panzerung wie gesagt zu schnell wieder zu so sie springt wieder an die wand wir wechseln auf die sniper hauen alles rein was wir haben können und dann gibt es da auch der mit ohne ende das war schon die zweite instanz jetzt wird es noch ein bisschen kniffliger da geht es mehr als movement da würde ich euch dann wirklich empfehlen bleibt primär bei dem revolver oder der schruttflinte die wird jetzt so ein lavaschwall um sich herum machen das werdet ihr jetzt relativ schnell sehen und das war die falsche genau wenn ihr diese markierung hier auf dem boden seht müssen wir hier einfach laufen damit wir relativ safe sind wie im wechseln direkt auf das schruttgewehr die komponitionen von eben das bleibt die körper liegen wir dürfen nicht zu nah rankommen weil dann kriegen wir schaden durch die lava die vor uns ist hinter uns kommt der gleiche schwall also müssen wir da laufen ist wie so ein drehtür mal ansonsten immer schön drauf schießen und aufpassen dass wir nicht reinkommen wenn die diese attacke macht also wenn sowohl kreis auf dem boden erscheinen einfach rauslaufen das kennen wir ja schon die ganze zeit aus dem spiel ansonsten schießt hier wirklich einfach blind drauf am besten effektiv sind glaube ich diese ich sag mal diese beulen von ihr hier muss aufpassen wie gesagt bisschen gemeint ist dass hier gerade auch nur die ganze zeit piecher hinter mir kommen und mir anspringen und explodieren aber auch haben wir also bestand und hier geht es eigentlich wirklich nur überleben überleben überlegen die macht hier ihre ich sag mal schlag attacken ihren feuerschwall den sie um sich herum bringen und dann ist das eigentlich auch kein thema habe ich keine munition mehr fürs spurt gewirr habe ich nicht da ein bisschen was das nehmen wir mit also wie gesagt hier nicht zu nah ran sonst kriegt ihr die laba im vorfeld ab ein bisschen auf die gegner hier achten die können wir natürlich dann dabei killen uns ist vielleicht noch ein bisschen munition generieren also ihr seid sonst hier relativ safe wird also auch eigentlich wäre das schweiz hier auch die schießen das mache ich aber ungern weil ich da lieber sicher bin und laufe wenn ich nicht hin und holt euch dann die munition hier nachdem wir sie da ein bisschen ausgetrickt habt dass sie euch nicht trifft aus manövriert würde ich sogar sagen der richtige achte so ein bisschen auf die karte immer da seht ihr dann auch wo denn da gerade viele gegner sind und wenn ja dann haben wir auch mal hier gern unsere raus die munition könnt ihr liegen lassen die könnte auch um ich sag mal nächsten vorbeikommen aufsammeln hier müssen aufpassen gerade am ende ist immer relativ viel laba schweiler so jetzt wird sie wieder ihre nahkampfattacke normalerweise machen und da aufpassen und dann weg genau und dann können wir einfach hier weiter schießen dann ist das eigentlich nur relativ easy going sache also das schlimmste was euch hier passieren kann ist dass ihr zwei minuten länger braucht weil ihr einfach ein bisschen mehr ausweicht aber dafür überlebt ihr das ganze auch jetzt mal hier wieder mehr ausweichen weil ich habe den schweiz schon fast hinter mir also wenn ihr euch einholen dann kommt ihr aus der summe fast nur noch ja tot raus um ehrlich zu sein es ist sehr schwierig wenn der euch trifft dass ihr das überlebt ich habe eigentlich probiert das in die andere richtung einfach mal durchzulaufen ob das hilft wenn ich da einfach nach hinten dann renne aber das das risiko wollte ich nicht eingehen wir machen hier den boss lieber etwas lockerer und saver wie gesagt hier immer schon drauf schießen ihr seht oben auf der karte des born hier schon wieder einiges an gegnern ich liebe diese szene immer weil dann weiß ich es kommt dieser laba schwall und b ein bisschen auch auf die umgebung hier achten dann seid ihr das safe sie merkt ja hier vorne ihr kriegt schon keinen schaden mehr selbst wenn ich da durchlaufe sonst kommen wir da ein bisschen drauf hauen so ein bisschen gemeint finde ich als wenn ihr sterbt ihr müsst die ganzen boss falls noch mal machen ihr könnt nicht einfach wieder bei der phase anfangen wo ihr gerade seid nein ihr müsst alles machen deswegen lieber aufnummer sicher und lieber etwas langsamer dafür safe und dann sieht wir am ende ja auch alle herausgekommen und haben den boss gelegt ihr seht er hat nicht mehr so viel oder sie hat eine spinne die hat nicht mehr so viel leben das kriegen jetzt auch noch hin und achte vor allem darauf dass ihre rent nicht gehen das ist somit auch einer der parts die hier sich witzigerweise das spiel immer wieder genehmigt dass es bei mir immer wieder umstellt entweder weil ich dann automatisch noch mal die schiff tasten drücke oder keine ahnung ich weiß nicht warum das so ist jetzt sind ihr seht es hat gesagt kein leben mehr die feld zu boden wir haben gewonnen guck mal so schnell an was wir schon alles gut kriegen und da kommt ein bisschen was ein lud raus aber wir gehen wir hier rüber also wir kriegen hier so ein bisschen titan nicht das richtig im kopf habe ein bisschen leder wir kriegen hier ein bisschen was an ausrüstung das variiert ein bisschen also da geben wir sich zwangsläufig groß drauf ein dass ich den buch war gekriegt der kummer noch an und das war besser als meiner den wir haben mit ansonsten haben wir noch irgendwas an jacke bekommen ist halt standard ausrüstung da braucht man sich großartig darauf einzugehen also ihr seht den boss könnt ihr relativ einfach legen das wichtigste noch mal der zusammenfassung aus welchen aus welchen aus welchen ganz einfach achtet drauf was am boden passiert achtet drauf wenn dieser markierung auf boden erscheinen dann geht dadurch und wie gesagt nehmt euch als waffe entweder die das schrottgewehr mit und nimmt die pistole das ist relativ easy weder der kein schrottgewehr hat hat immer eine pistole dabei die sniper braucht ihr nicht zwangsweise ist immer schön für diese attacken wenn sie an der wand hängt aber da würde ich euch dann auch diese zeit verlangsamung empfehlen wenn ihr natürlich kein assassin spielt kann das durchaus sein dass ihr die nicht habt also von daher würde ich das mit dem sniper weglassen ich würde in dem fall nur ausweichen und dann schafft ihr auch den boss wenn ihr da noch so als kleinen tipp wirklich scheitert dann stellt die weltbank stufe runter ich bin hier gerade auf der höchsten ich gerade kann weil ich das spiel gerade relativ neu habe ansonsten stellte runter auf fünf oder vier probiert sein bisschen aus und seit ihr ein bisschen flexibler was das ganze angeht habe eine höhere überlebenschance und so weit zum gehalten wie gesagt wenn es euch gefallen hat lasst gerne daumen da wenn nicht schreibt mir gerne kommentare was ich besser machen kann da bin ich immer dankbar für ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis dahin euer mel